So, also, also, dieses Wort besteht aus drei Teilen, okay, das wird jetzt sehr schwierig, also, einerseits, einerseits haben wir die Comic, irgendwas, es ist eine Veranstaltung, diese Veranstaltung dann mit K am Anfang, mit K am Anfang, ja, plus eine Userin hier im Forum, die verheiratet ist. Geschrieben auf Deutsch, nein, plus, und es geht nicht darum, dass das Teil der Daumen vertippt, was ist das, das ist eine Flüssigkeit, die geht es, ja, gut. Hätte man auch schon ein bisschen früher drauf kommen können, ja, hätte man früher drauf kommen können, tatsächlich. Kontanz? Ja, ich wollte auch erstmal Konstantinopel probieren, habe mich erstmal 50 Mal vertippt, aber. Ist eh falsch. Kondenswasser. Was ist das für ein Wort? Als ob du keine Ahnung hast, was Kondenswasser ist. Vulkanologe. Ein krasser Fall zwischen dem Videotitel, zwischen Kondenswasser und Viro, äh, nicht Virologe, Scheiße, äh. Dings. Vulkanologe. Als ob. Also, das Spiel hilft dir nicht sehr oft, aber in dem Fall schon. Was ist denn das? Hattest du keine bessere Option als das Wort? Das ist halt legit Konfetti. Also, also, ich muss es eigentlich machen, ich muss es eigentlich machen. Oh, du denkst dir so weit voraus. Ich hab keine Chance mehr. Also, also. Also, ich geb mal einen Tipp. Man kann das Wort jetzt genau zu dem Buchstaben eingeben, wie viele das da oben hat. So viele Leute erwarten. Oh, das muss ich nehmen. Okay, okay, Moment. Nein. Nein. Ja, 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 ja. Ja. Ah. Das hast du dir verdient. Also, ich hätt's wahrscheinlich auch schneller haben können, aber ich wollte mich nicht vertreten. War das auch nicht fast? War das auch ein Custom-Word? Nein. Okay. Ich hab nur dieses leere Wort als Custom-Word reingekommen. Deutsche, wofür steht DNS? Oh, das ist wirklich Insäure. Ja. Jetzt ist sowieso zu spät. Oh Gott, ey. Wie hat es weiter? Mann, als wenn ich noch dritter geworden bin, da durch. Was soll ich scheiße? So. Kleinere Runde. Okay, dieses Wort, ähm, ja, gut, ich zeichne es einfach mal. So, wir haben hier einen sehr fröhlichen Mann. Nein, ich brauche einen Kugel. Wir haben hier einen sehr fröhlichen Mann. Und hier ist ein kleiner Junge. Und dieser, dieser Mann. Ähm, er möchte jetzt was öffnen. Ich habe sehr große Angst, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Das möchte er öffnen. Was hat das jetzt mit dem Kind da zu tun? Okay. Was? Als ob es nicht Schwamm ist. Als ob, als ob. Nein. Oh Mann. Okay, das muss ja, das muss ja einfach sein, wenn es Schwamm ist. Also wenn es nicht Schwamm ist, aber dieses ist es da rät. So, also wir haben mal den hier. Dann haben wir hier. Den hier. Ist das ein Custom-Bird? Nein. Also Katzen ist es nicht. Pony. Es ist ein Out. Cartoon. Zu spät. Nein. Zu spät. Ja, also was. Es soll das mal der Pony sein. Muss man. Als ob du erstens das Pony erraten hast. Muss man zu diesen Ausländern noch irgendwas sagen, was ich hier gerade, ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ich das zeichnen muss. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie man mir nur das zeichnet. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ich werde es mal nicht reinschreiben, weil wenn es das dann doch nicht ist, ist das Custom-Bird dann. Es muss eigentlich das Custom-Bird sein, weil es zweimal vorkam beim Auswählen. Und ich glaube, das war schon mal ein Running-Gag von euch in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das ist doch so eine Tracht. Ist das nicht so eine Art Tracht oder so ein Rock oder so was? Das ist doch nur ein Rock, ne? Nein. Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder so ein Wort, wo ich überhaupt keine... Ich habe legit keine bötliche Vorstellung, wie ich es zeichnen will. Also von daher viel Spaß. Jetzt sagt mir aber nicht... Jetzt ist das ein Running-Gag von euch, weil dieses auch nicht wisst, was du in der... ...dürtel ist. Ja. Weil das so ein absolut dämliches Österreich-Wort ist. Man. Jänner. Das ist halt irgendwas zum Anziehen. Ist das nicht so etwas Bayerisches? Es ist auch ein bisschen. Warte mal, was war das nochmal? Ach so, scheiße, nein. Ich bin letzter. Ich bin der Big Failer, Failer, Failer. Fucking Dürtel, ey. Wir spielen jetzt eine Runde von Wer erredet als erstes. Oh nein. Scheiße. Hey, ich bin der Erste. Mann, wie schnell. Gerade eben fluchten. Ich bin der Erste. Okay, das kann man doch gar... Nein. Nein, was? Ah ja, ich bin blöd. Was? Was war das denn? Das konnte halt nicht wegen der Buchstaben, ich gebe es trotzdem komplett einen. Ja, das ist eine kleine Denksportaufgabe jetzt. Winkel und... Du hast es fast. Also ihr habt es ja beide fast. Winkel, knapp. Das ist ein Winkel und der Mann da rechts, der sieht nicht mehr so lebendig aus. Ach so. Oh, Mann. Uh, uh, nice. Das will ich jetzt voll schön zeichnen, ey. Jetzt sage ich voll die Ansprüche. Aber mir selbst sagt, es sieht wahrscheinlich mega beschissen aus. Guck mal, die Details, ey, mit dem Wasser, was wir noch rauskriegen. Ja, die Flosse schon mal ruiniert. Ja, geil. So, ich wollte das eigentlich schöner machen. Ja, irgendwie so, weil ich das machen kann. Keine Ahnung, es sieht voll beschissen aus. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu zeichnen hier aus. Ach, Gott, ey. Also in meinem Kopf, also in meinem weißigen Auge, so sagt es halt schöner aus als das, ne? Keine Ahnung. Das ist halt die eine Form, das zu zeichnen. Und den gibt es denn noch hier so im, keine Ahnung, in so Casinos, gibt es ja so Automaten noch, ne? Mit Pinball. Und dann darf der da nicht durchfallen. Ach ja, Dez, das weißt du noch, wie so ein Delfin macht? Eee, 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 eee. Ach so. Aber ich weiß auch, ob das gezogen ist. Ja. Oder, weiß ich das? Ich weiß auf jeden Fall, dass man... Flipper ist halt ein spezieller Delfin aus dem Film. Aber dieses Eee, 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 von Burra? Ja, das machen Delfine halt. Also es sind Delfine... Ja, das war doch irgendwann witzig, weil das einfach random irgendwann... Ja, das war in einer Video-Episode, die ich geschrieben hab, was... So, ja, vielleicht sollte man einfach mal was eingeben. Ein Zentimeter. Wieso denn ein Zentimeter? sind sieht man dass sie gleich ja stimmt das problem ist was buchstammlos deswegen bist du dass man das direkt erraten ich habe da noch nicht mal alles gezeichnet hier ist eine frau und die macht gewisse sachen mit ihrer naja sie pisst aus ihrem kopf es ist ja auf dem kopf und was ist das für eine person die so und warum bin ich denn letzter da wird man so schnell erster der letzte das ist nicht pinguin das ist auch wieder irgendein spezieller charakter oder ach nee ich hab ein deja vu hast du schon mal so gemacht alter maaam siftipi was siftipi ich nehme das nicht oder nämlich dass wir kommen machen wir einfach wie macht man das jetzt am besten dass das nicht allzu scheiße aussieht man denkt man kann das zeichnen da kann man es überhaupt nicht zeichnen die zeichnen die zeichnen man so eine scheiße mal ganz ehrlich ach so ja 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 team und 20 ich weiß nicht nur die farben aber nicht die ein folge ich weiß nicht mal die reihenfolge der deutschen flagge Nein. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ja, du kommst so süßreich, aber... Wirklich? Was soll man da machen? Toter Winkel. Eifel? Turm. Was? Oh nein, das... Das ist Malta. Das ist jetzt auch eine spannende Fliege. Es könnte halt echt trotzdem roter sein. Roter... Roter Milan. Roter... Es ist echt roter. Oh nein. 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 Ja, heute habe ich ein paar Dijavis tatsächlich. Warum ist da einfach ein Typ mit so einer fetten... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Lethe Do. Oh nein. Also, vor mir ist es... õensa... In backend Bei dann ist es der Chat Gracias. unter sich...